guten morgen aus dem wald mal wieder von der runenhex stehe vor einem alten baumstumpf und man sagt ja immer ach sowas ist tot schon lange wie das aussieht nicht wahr aber guckt mal was ich euch zeigen möchte genau hier oben aus all den alten sachen heraus wächst eine neue fichte aus der alten heraus wunderschön jung mutig stark wir sind die alten wir sind die neuen und wir werden stärker sein als zuvor wann immer du das gefühl hast nur noch ein zerbröselter baumstamm zu sein und nicht weiter zu kommen und dich nicht ändern zu können oder dergleichen dann sieh dir diese sache hier an da ist so viel leben noch drin so viel kraft in diesem alten baumstumpf dass wenn er sich traut er auch noch mal in voller kraft austreiben kann man muss nur manchmal ein bisschen mut haben das geht sieht man hier ganz deutlich wir sind die alten wir sind die neuen wir sind dieselben stärker als zuvor einen schönen tag wünscht die runenhex